Das deutsche Erbrecht kennt zwei Arten der Erbfolge. Die gesetzliche und die gewillkürte Erbfolge. Gesetzliche Erbfolge Nach der gesetzlichen Erbfolge werden, sofern keine gewillkürte Erbfolge vorliegt, die Erben Gesamtrechtsnachfolger des Erblassers. Erben sind nach den Vorschriften des Erbrechts im bürgerlichen Gesetzbuch der Ehegatte oder Lebenspartner des Erblassers, dessen Abkömmlinge, dessen Eltern und deren Abkömmlinge USW, Sind die gesetzlichen Erben eines Erblassers nicht bekannt, so wird eine Erbenermittlung durchgeführt. Gewillkürte Erbfolge Liegt dagegen ein rechtswirksames Testament, ein wirksames gemeinsames Testament, ein wirksamer Erbvertrag vor. So wird von einer gewillkürten Erbfolge gesprochen. Wird durch die Verfügung von Todes wegen nur ein Teil des Vermögens unter den Erben verteilt. So ist für den übrigen Teil die gesetzliche Erbfolge anzuwenden. Siehe auch, Primogenitur, vorweggenommene Erbfolge.